Dann hallo und willkommen zu unserer zweiten Demo in dem Pre-Steam Next Fest. Die zweite Demo, die wir spielen, heißt Thronefall. Und habe ich zufälligerweise auf Twitter auch gesehen, wie die meisten Spiele, die wir jetzt vor dem Steam Next Fest schon spielen. Denn Thronefall ist das neue Spiel von den Machern von Islanders. Das habe ich hier im Stream ja bestimmt auch schon hundertmal erwähnt. Das ist ein cozy Game, was ich sehr, sehr mag. Und da bin ich halt sehr gespannt, was die jetzt als neuen Titel sich ausgedacht haben. Ich habe mir schon einen kurzen Trailer angeguckt. Und das Spiel wirkt so, als wäre es ein bisschen wie Kingdoms Two Crowns, nur in Vogelperspektive. Also so ein bisschen Tower Defense Style. Aber wir gucken jetzt einfach mal rein und finden es selber raus, was uns hier erwartet. Benutze die Pfeiltasten, kann ich das eigentlich, ist das vielleicht auch ein Controllerspiel? Benutze Pfeiltasten oder den linken Stick Controller, um sich zu bewegen. Ah ja, da steht auch Controller, sehr gut. Wir sind also dieses kleine Pferdchen. Okay, das mag ich jetzt schon mal. Das ist schon süß. Okay, warum kann ich die, warum wehren die sich nicht oder sind das Attrappen? Ah, ich kann Gold aufsammeln. Ja, jetzt sitze ich leider hier genau vor der Kiste. Jetzt sind hier gerade die drei Goldmünzen in die Kiste hinter mich geflogen. So, benutze die, äh, benutze RT, um zu sprinten, wenn deine Gesundheit voll ist. Tot, 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 was ist das denn? Drücke A, um zu bauen. So, das hier ist jetzt die, die ich halt im Trailer schon gesehen habe, die Mechanik, die man auch aus Kingdoms Two Crowns kennt, mit diesen Münzen, die man dann auf Gebäude packt. Nachts greifen deine Feinde an. Halte A gedrückt, um die Nacht zu starten. Äh, benutze was A, um deine aktive Fähigkeit einzusetzen. Aktive Fähigkeiten hängen davon ab, welche Waffe du vorstarrt an das Spiel auswählst. Momentan ist es ein Nahkampfangriff, also nähere dich deinen Feinden so weit wie möglich. Und er stiche, er stiche ein. Oh. Ist auf jeden Fall schon mal gut, dass ich hier auf Range und in Fight, in Bewegung kämpfen kann. Gebt mir all euer Geld. Also aktuell muss ich auch nicht selber steuern, ich steuere eigentlich nur das Pferdchen. Schießen tut er automatisch und anvisieren. Ja, so Textboxen. Achso, ich soll, achso, die spawnen jetzt unendlich wahrscheinlich, bis ich hier die Fähigkeit mal benutze. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dieses 0 von 3 bedeutet, da gibt es noch mehr Seiten. Aber ich soll erstichen. Oh. Habe ich jetzt wen getroffen? Gut gemacht. Räume den Rest von der Welle noch auf. Ach Mensch, Welle. Jetzt muss ich hier wieder deine Sachen aufräumen. Investiere dein Gold in den Bau von Häusern. Häuser erhöhen dein Einkommen. So, Night Survived. Königreich 100% beschützt. Okay, ich glaube, die Deutschübersetzungen sind noch ein bisschen zu lang. So, da ist ein Haus. Wie viel Geld habe ich? Vier. Das passt ja perfekt, um drei Häuser zu bauen. Fantastisch. Eine gute Wirtschaft ist der Schlüssel zum Erfolg. Jedes Haus, das die Nacht übersteht, bringt dir am Morgen etwas Gold ein. Du hast kein Gold mehr, also wird es Zeit, die nächste Nacht zu starten. Okay. Oh. Oh, hier hätte ich einen Turm schon bauen können. Es werde Nacht. Denk an deine aktive Angstfähigkeit. Ja, denke ich. Brauche ich aber nicht. Glaube ich. Guten Morgen, Munkin. Hallo. Na, hast du, äh, der gestiefelte Kater schon geguckt? So, eine große Armee nähert sich. Es wäre klug, zusätzliche Verteidigungsanlagen zu errichten. Ich habe sechs Münzen. Und brauche genau sechs Münzen für zwei Türme. Noch nicht? Okay, schade. Also, falls ihr es im Discord nicht mitbekommen habt, ihr könnt, äh, noch bis heute bei Amazon für 99 Cent Filme leihen. Ich habe mir zwei ausgeliehen. Einmal She Sad. Das ist ein Film über MeToo in Hollywood, über so eine Reportage. Ähm, mir fällt aber leider nicht ein, wie dieser andere Film heißt, mit dem man den vielleicht vergleichen könnte. Aber es gab ja in den letzten Jahren häufiger so Filme, die dann irgendwie, äh, die Reportagen und journalistischen, ja, weiß ich nicht, Errungenschaften, äh, Erkenntnisse in Filmform getan haben. Und in She Sad geht es dann um, äh, MeToo in Hollywood. Also wahrscheinlich auch Weinstein und so. Aber was ich mir auch geliehen habe und schon geguckt habe, ist, äh, der gestiefelte Kater. Der letzte Wunsch. Und den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der hat mir ziemlich gut gefallen. Bin halt auch direkt am überlegen, ob ein DPO das zum Beispiel mit dem Kind gucken will. Aber vielleicht, äh, ich weiß jetzt nicht, wie alt dein Kind ist, aber vielleicht ist der noch ein bisschen zu gruselig. Weil der ist schon relativ düster für ein, äh, für ein Animationsfilm. Müssen wir auch noch was zusammen ausleihen? Ja, wir können ja auch nochmal zusammen reingucken, aber eigentlich die meisten Filme waren ziemlicher Trash. Von daher glaube ich nicht, dass du da noch was finden wirst, aber ja, können wir noch gucken. Oder kannst du noch gucken. Waren auch sehr wenig, also relativ Filme, äh, wenig Filme im Vergleich. So, hier kommt jetzt auch der Tower-Defense-Aspekt mit rein mit den Türmchen. Das Einzige, was ich jetzt noch ein bisschen schade gerade finde, ist, dass man halt bis jetzt zumindest nicht selber auswählen kann, wo man was hinbauen möchte. Zumindest hier im Tutorial sind die Positionen der Türme ja scheinbar vorgegeben. So, nächste Welle 25. Wir haben genug Gold, um das Burgzentrum aufzuwerten. Also gleich mal ran ans Werk. Wieder exakt sieben Gold. Oder darf ich mich später selber... Nee, wenn wir das hier bauen, kriegen wir scheinbar irgendwelche neuen Gebäudeslots hier. Upgrade. Königliches Training. Plus 75% HP für deinen Charakter. 75% Angriffsschaden für deinen Charakter. Oder... Baumeister-Gil. Jeden Morgen wird ein Level-1-Haus automatisch zu einem Level-2-Haus aufgewertet, falls verfügbar. Das heißt, wir kriegen schneller Gold. Hm. Aber ich mach lieber mehr Schaden. Super! Das Upgrade, das du gewählt hast, macht dich im Kampf viel stärker. Deine aktive Fähigkeit verursacht jetzt auch mehr Schaden. Du hast kein Gold mehr. Also starte die Nacht, indem du die Leiter sehen. Okay. So, hier können wir ein neues Häuschen bauen. Und wenn wir das Häuschen bauen, schalten wir automatisch auch das Häuschen scheinbar frei. Was ist das hier? Eine Mühle. Mit Feldern wahrscheinlich. Und das sieht aus wie... Ich dachte erst eine Brauerei, aber es sieht irgendwie so aus, als wäre das... Eine Kaserne oder so. Na gut, wir starten erst mal die... Die Nacht. Ich kann hier ja durchreiten. Von nun an liegt es an dir, wofür du dein Geld ausgeben möchtest. Versuche eine gute Balance zwischen Verteidigung und Wirtschaft zu halten. Was haben wir hier? Ein Wall oder so? Ah ja. Stadtmauer hält Gegner davon ab, deine Burg zu betreten. Gegner können deine Tore nicht durchschreiten, selbst wenn sie geöffnet sind. Und 240 Leben. Äh, ich hab neun Gold. Das ist ziemlich viel. Mühle. Schaltet die Option, frei Felder zu bauen, um das Einkommen zu steigern. Das ist quasi wie ein Haus, oder was? Nur mit noch mehr Zusatzgedöns. Die kostet vier. Kaserne. Wähle einen Nahkampfeinheitentyp. Kriegt aber kein Geld. Okay, also die Mühle selber hat jetzt eins mehr gekostet als ein Haus, aber hat dafür jetzt für einer Dinger noch die Möglichkeit hier noch mehr Geld zu generieren. Sehe ich denn irgendwo meinen Income? Glaub nicht, ne? Ah ja, Gebäude Upgrade. Aber jetzt hab ich nicht mehr. Man kann scheinbar nur lesen, was, äh, was das Gebäude kann, wenn man auch das Geld dafür hat. Das ist ein bisschen schade. Aber ich würd sagen, wir haben jetzt für nächste Runde, wenn wir die Runde überleben, haben wir sehr viel Gold dann nächste Runde. Sie greifen uns an. Gold, 15 Gold. Große Herrscher brauchen eine Armee. Du solltest darüber nachdenken, bald eine Kaserne zu bauen. Okay, wir haben jetzt vor allem 15 Nahkampfgegner und sieben Bogenschützen werden gleich auf uns zukommen. So, Upgrade. Ritter. Ritter sind vielseitige Krieger und gut gegen Fernkampfangriffe gepanzert. Sperrkämpfer. Sperrkämpfer sind schnelle und starke Einheiten. Sie fügen schnellen Gegnern extra Schaden zu und verlangsamen sie. Keine gute Wahl gegen Fernkampfeinheiten. Um deine Einheiten zu befähigen, halte X gedrückt, um naheliegende Einheiten zu befähigen. Gehe zu deinem Zielort. Die ausgewählten Einheiten werden dir folgen. Drücke X erneut, um den Einheiten, die dir folgen, zu befehlen, dass sie anhalten und an dem Ort stehen bleiben sollen. Probier es aus. Folg mir. Ich weiß aber gerade gar nicht, wo ich die, wo ich die hinpacken soll. Hier in so eine... Oh. So eine Enge hier. Ich meine, die sollen ja eigentlich die Bogenschützen bearbeiten, aber... So, was können wir denn jetzt hier noch machen? Verteidigungsturm. Ah ja. Noch ein Haus. So, und ein Haus upgraden kostet nochmal zwei und gibt dann wieder ein Gold. Okay, also es macht eigentlich keinen Unterschied. Also gut, es hat mehr HP als ein Einzelhaus zu bauen. Vielleicht macht es dann erstmal mehr Sinn, Häuser abzugraden, bevor ich mehr Häuser baue. Jetzt haben wir eine Gold, Goldmine, äh, Golddings. Alles klar, Terael. Viel Erfolg bei der Hunderunde. Wir dürfen noch zwei neue Felder bauen. Okay, und wenn ich jetzt eine neue Armee haben möchte, muss ich erst ein Upgrade machen. Dann geben wir unser restliches Geld noch aus für weitere Häuser-Upgrades, so. Und dann starten wir die nächste Nacht. Ah! Hm, ist das klug, wenn die so viel laufen müssen, meine Hainis? Ich weiß ja nicht. Nee. Soll ich die dann direkt davor parken, wo die spawnen, oder was? Oder weiter hinten parken? Oder soll ich erstmal, soll ich die hier hinten zwischen den Türmen warten lassen? Aber ich konnte den ja irgendwie scheinbar nicht. Die sind ja dann einfach losgelaufen. Kann ich denen nicht befehligen, dass die da stehen bleiben sollen? Ein Tor bauen, ja. Aber ich kann jetzt auch den Turm upgraden. Oh, ich hab noch 19 Gold. Wie viel kostet so ein Turm? Fünf. Ja, dann machen wir das doch bei den Turm upgraden. Okay. Mal noch 9. Das kostet 8. Hm. Aber die Einheiten mag ich nicht so. Mehr Häuser. So. Ich lass sie hier hinten stehen, weil dann kann ich vielleicht erstmal selber ein bisschen was wegschießen. Und die Türme können was wegschießen. Und dann. Die sollen eigentlich erst dazukommen, wenn schon ein bisschen was weg ist vielleicht. Obwohl jetzt greifen die Bogenschützen meine Türme an. Vielleicht doch nicht so gut. Und sie greifen mich an. Ui, Keulenträger. Die letzte Nacht bricht an. Okay. Ich hab 29 Gold. Was wollt ihr mir? Alles klar, Ui. Schönes Frühstück euch. Ja, wenn es die letzte Nacht ist, brauch ich ja eigentlich kein Gold mehr, ne? Oh. Achso, oh, jetzt ist meine Armee größer geworden. Einfach nur. Ah. Moin, Alex. Ich hab immer noch 13 Gold. Ich kann gar nicht so viel ausgeben, wie ich Gold hab. Kennt ihr das Gefühl? Achso, ich kann auch den... Die Mauer. Shit. Shit. Ja, aber will ich jetzt hier... Die können doch ruhig hier an meiner... An meiner Mauer erst so ein bisschen rum. Sind da jetzt keine Bogenschützen dabei? Ne, ihr bleibt hier hinten. Ihr seid hier meine... Meine letzte Bastion. Ah, das schießt eine Einheit von mir. Ja. Ich könnte mir vorstellen... Ach, die respawnen wieder. Okay. Ich könnte mir vorstellen... Gewonnen. Level 2. Königliche Münzanstalt. Dein Burgzentrum produziert Gold und dieses Einkommen steigt bei jedem Upgrade. Oh. Ah, ah... Was ist das? Ein K? Ein F? Arkane-Türme? A... Atane? Afane? Naja. Ich könnte mir vorstellen, dass dann in späteren Leveln wird man wahrscheinlich auch von mehreren Seiten angegriffen. Und da macht es dann vermutlich auch ein bisschen mehr Sinn, irgendwie seine Einheiten da zu platzieren. Man selber ist vielleicht da unterwegs und irgendwie so in die Richtung, denke ich mal. So, warum ist hier ein Ausrufezeichen dran? Was ich das schon gemacht habe, oder? Okay, und dann hat man hier so eine Karte. Muss hier weitermachen scheinbar. Boah, ich bin Nummer 1 meiner Freunde in der Rangliste. Juhu. Sollen wir da trotzdem noch kurz reingucken? Okay, Waffe. Das ist jetzt, was die vorhin meinten, die Waffe, die wir am Anfang auswählen konnten. Gibt es auch noch irgendwelche Quests für? Erringe einen Sieg. Erreiche einen Highscore von 5000. Den hatten wir fast. Erringe einen Sieg ohne... Bogen. Perks, 0 von 1. Darf ich mir jetzt einen aussuchen, oder was? Naja. Und Mutatoren. Provoziere den Schildkrötengott. Gegner haben deutlich mehr Lebenspunkte, aber du erhältst 20% mehr Punkte und XP, wenn du gewinnst. Feine verursachen deutlich mehr Schaden, aber du erhältst 20% mehr... Okay. Gegner lassen weniger Gold fallen. Mhm. Das kann man dann auch machen für mehr Gedöns. Also man hat hier auch noch so ein paar... So ein paar Challenges. Dass man Level mit bestimmten Mutatoren und Equipment, Perks, Waffen und so spielt. Für irgendwelche... Weiß nicht, was man dafür kriegt für die Quests, aber... Zumindest hat man dann noch einen Sinn vielleicht und einen Grund, das Level auch nochmal zu wiederholen. Oder das nochmal häufiger zu spielen. Ja gut. Ich glaube, das reicht mir dann aber auch für den Moment. Ich drücke jetzt zwar noch kurz auf spielen, um mal zu gucken, wie die Karte aussieht, aber... Okay, aber hier scheint ja auch Gegner nur von einer Richtung zu kommen. Das würde mich dann noch interessieren auf lange Sicht, ähm... Ob es dann auch Maps gibt, wo dann wirklich von mehreren Seiten angegriffen wird. Ansonsten finde ich es jetzt eigentlich so den Vorgedanken, den ich hatte, dass es so ein bisschen wie Kingdoms to Crowns ist in Vogelperspektive. Würde ich sagen, hat sich hiermit bestätigt. Ich fand Kingdoms to Crowns ja an sich ziemlich cool und mag auch den Artstyle ganz gerne, aber irgendwie... ...habe ich das Spiel immer nicht so richtig verstanden, was man da jetzt eigentlich macht. Und was jetzt der Unterschied ist, inwiefern man da selber jetzt... ...den großen Eingriff darauf hat, wie das Spiel abläuft. Von daher gefällt mir das hier sogar ein bisschen besser, weil ich halt auch hier mich frei bewegen kann. Und halt nicht nur so, okay, gehe ich jetzt links, gehe ich jetzt rechts. Und da ist ja auch quasi alle... Also ich meine, hier ist ja auch relativ viel vorgegeben. Hier kann ich auch nicht selber entscheiden, wo ich was hinbauen möchte. Ähm... Hier geht es halt dann auch wirklich nur um die Reihenfolge und dieses Abwägen, wie viel Wirtschaft kann ich mir erlauben, ohne dann... ...zu sterben. Ich könnte mir vorstellen, dass ich Thronefall noch eine Chance geben würde, so als Cozy Game, was man einfach mal so reinschmeißt, wenn man... ...weiß nicht... ...grad nicht weiß, was man zocken soll. Dann ist es, glaube ich, eine ganz coole... ...ne coole Sache. So jetzt als reines Main Game, was man dann... ...komplett durchsuchtet, ist es wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Aber, joa, mir hat es ganz gut gefallen, aber es ist halt schon sehr nah an... ...Kingdoms 2 Crowns dran. Äh, dann war das erstmal mein vorläufiges Fazit zu Thronefall. Falls ihr noch was dazu zu sagen habt auf YouTube, sagt gerne was dazu. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. 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 Vielen Dank.